Fliegt Florian Silbereisen aus dem Programm? Jetzt spricht der MDR.Der MDR muss sparen. Deswegen könnten nun alle Schlagershows von Florian Silbereisen aus dem Programm fliegen. Jetzt äußert sich der Sender zu den Gerüchten.Update vom 6. Oktober 2023. Die Gerüchte rund um Florian Silbereisen angeblichen MDR aus haben hohe Wellen geschlagen. Aber was sagt eigentlich der Sender selbst dazu? Der hält sich bedeckt. Hierzu befindet sich der MDR derzeit in Gesprächen, lässt ein Sprecher des MDR gegenüber Spot on News wissen. Es bleibt also weiterhin abzuwarten, ob Florian Silbereisen seine Schlagershows behalten darf. Erstmeldung vom 5. Oktober 2023. Leipzig, Schlagershows, Schlager des Sommers, Schlager oder N. 20 oder auch Schlager des Jahres, all diese Formate mit Florian Silbereisen, 42, laufen regelmäßig im MDR. Doch jetzt ist Sparen angesagt. Wird der Schlager-Star deshalb aussortiert? Umbruch aus Geldnot? Fliegen Schlager-Sendungen mit Florian Silbereisen aus dem MDR-Programm? Seit Wochen wird spekuliert, dass Florian Silbereisen das Traumschiff bald verlassen könnte. Das ZDF hat darüber endlich aufgeklärt. Doch es gibt noch andere offene Fragen hinsichtlich der Zukunft des Moderators im deutschen Fernsehen. Seit Jahren führt er durch Schlager-Formate in den dritten Programmen, doch damit könnte bald Schluss sein. Offenbar steht der MDR vor einem Umbruch und das könnte insbesondere Florian Silbereisen betreffen. Punkt wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtet, sei der MDR in finanzieller Not. Geplant sind demnach Kürzungen in Höhe von 13 Millionen Euro. Eine Sparmaßnahme bezieht sich offenbar auf den 42-Jährigen und seine Schlager-Formate. Florian Silbereisen soll zukünftig in erster Linie in der ARD zu sehen sein, die Sendungen in den dritten Programmen könnten hingegen allesamt wegfallen. Schlager-Schlager-Schance Die Sendung Schlager-Schance ist für junge Talente der Schlagerbranche sozusagen ein Karriere-Sprungbrett. Marie Reim, 23 und ihr Halbbruder Julian, 27, konnten den Wettbewerb beispielsweise schon für sich nutzen. Als Unterstützung bekommen die Newcomer immer erfahrene Promi-Paten. Michelle, 51, Iloide Jung, 50, Frank Schöbel, 80, und DJ Azi, 52, waren dieses Jahr dabei. ARD-Formate auch in Gefahr? Florian Silbereisen bleibt weiterhin beim Rundfunkverbund. Wie sich die konsequenten Sparmaßnahmen auf das MDR-Programm auswirken werden, ist derzeit noch unklar, Ersatz wurde noch nicht angekündigt. In der ARD scheint es diesbezüglich aber keine Einbußen zu geben. Wie Schlagerprofis schon vor ein paar Wochen berichtet hat, wurde der Vertrag mit Florian Silbereisen für zahlreiche Sendungen wohl verlängert. Die ARD hatte nämlich verkündet, fortgesetzt werden sollen zudem die erfolgreichen Schlagerschauabende von Moderator Florian Silbereisen. Trotz zahlreicher TV-Auftritte musste der Moderator zuletzt aber eine Pleite verarbeiten. Während Giovanni Zarella, 45, wieder für den Deutschen Fernsehpreis nominiert wurde, ging Silbereisen leer aus. Die ARD-Formate